Ah, Halli, Hallöchen und Willkommen zurück zu Far Cry 3. Toll, ich hab da schon einen Laser durch die Luft fliegen sehen. Wunderbar. Was ist das denn? Hm, gut. Ach, da hinten ist das erst. Oh, schon mal da. Wie trifft der mich von hier? Da kommen ja noch mehr. Wann das alle? Sieht's aus. Dann geht's weiter. Schön leise. So, ich guck mal, dass ich noch das Zeugs da herstellen kann. Wir brauchen einfach mehr. Grünes Blatt. Da haben wir noch mehr grünes Blatt. Hätte nie gedacht, dass das noch so wichtig wird. Aber ich find's ganz geil, dass man sich so Medizin und so selber zusammensuchen muss. Und die auch so stark kombinieren kann. So, ich... Ne, ich fahr rüber. Lass mich doch da steuern. Sei nicht so geizig. Schrauben. ... ... ... ... Was? Boah. Wie viel kommen denn da? Das ist doch... Ja, ich schmeiße ein paar neue Löcher. In der Richtung. Neue Verwecken, bitte. Fuck, so ab heute, ey. Moment, ich muss mal überhaupt gucken, ob die Folgen schon so sind, wie ich es so haben will, eigentlich. Ah, das ist die letzte Folge für heute. Gott sei Dank. Nicht, dass ich darauf keinen Bock hätte, aber heute, nach dieser Gaming-Nacht, ey, Leute, ganz ehrlich, da hat man einfach keine Lust mehr. Oh, geil. Oh, die haben zwei... Drei Alarme. Was? Wie kann der so weit werfen, Alter? Was ist denn, Cheater? Was ist denn, Cheater? So, schalten wir jetzt alle von hinten aus. Meine Muni ist gleich leer. Wie geil, dass da hinten gerade alles abgebrannt ist. Ich finde dich. Glaube mir nach, Alter. Wie treffen die mich hier bitte? Genau, da brennt jetzt erst mal alles ab. Das Feuer sieht immer echt geil aus in Far Cry. Oh, doch nur zwei Alarme. Ich hab gedacht, die haben drei. Na gut, dass die Sniper so weit ziehen konnte. So. Grünes Blatt. Da haben wir auch noch was. So. Wie viel Geld haben wir? Kann ich mir? Nein. Kann ich, warte, kann ich verkaufen? Kann ich? Kann ich? Jawohl. So, kommen wir bitte über. Jawohl. Jetzt kann ich mir endlich mal ein neues Visier holen. Anpassen. High-End-Power. Ausrüsten. Kaufen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Geil-O-Matik, Alter. Scheiß Piraten. Alles Schweine. Na ja. Und dafür 505 Dollar. Bessere Verschwendung gibt's nicht, wa? So. Hier haben wir jetzt soweit alles gemacht. Oh, ne. Hier schon wieder der Bug. Auf den hab ich so keinen Bock, Alter. Können wir uns nicht noch irgendwo ausrüsten? Wir laufen mal in die Richtung, speichern an diesem Punkt und suchen die ganze Zeit mal grünes Blatt für die Spritzen und das mal wirklich so Vollausrüstung machen, so wie hier. Eins haben wir schon. Ja, ja. Da ist ein Bär. Da haben wir noch einen Schatz. Da haben wir noch einen Schatz. Da haben wir noch einen Schatz. Also die Landschaft von Far Cry 3 ist einfach der Hammer. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Bei Blood Dragon, äh, naja. So, was die Screenshots sagen, das ist wirklich, wirklich, äh, interessant. Was dort dem Auge geboten wird. Was mir ein bisschen fehlt, das sollte mal mehr Wechsel, äh, Wetterwechsel geben. Also mehr Regen oder sowas. Das ist, dauert viel zu lange, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wie wir so von der Statistik sind, wie weit wir eigentlich schon sind hier bei Far Cry. Kann man ja mal gucken, irgendwo gibt's das doch Handbuch. Genau. 17 von 38, ja, 10 von 18 Funktürmen, Relikte, 4 von 120 und so weiter. Fähigkeiten haben wir schon fast alle ausgebaut. Erworbene Waffen auch. Gefahrene Fahrzeuge noch drei. Ja, und wir sind schon über 30 Folgen. Ich glaube, Far Cry geht noch ein ganzes Stück. Mal sehen, wie das bei Far Cry 4 aussieht. Warum kreisen die hier? Liegt hier irgendwas? Tatsache. Cool. Dass die so über eine Leiche kreisen, das ist ja Hammer. Finde ich nice. So, mache ich noch einen Schnellreisepunkt. Ich muss noch meine Xbox aufbauen. Weil ich habe die ja mit zu meinem Freund genommen für die Gaming-Nacht, was wir gemacht haben. Da habe ich die halt hier fein säuberlich abgebaut. So. Oh, es regnet. Und Gewitter. Ne, doch nicht. Oh doch. Aber genau das wollte ich. Wildschwein. Ne, normales Schwein. Boah, es ist eine schöne Stelle. Stelle. Ne, Stelle. Da läuft irgendwas. Ein Hund. Alter. Du verkacktes Dreckschwein. Miststück. Alter. Drehe ich mich um, gucke mir zwei Augen in die Fresse, Alter. Ist ja so schlimm als Slendermann. Boah. Ist doch nur ein Schwein, aber mir ging gerade so die Düse. Wer gerade so wie so ein Schauer am Rücken hochläuft. Alter. Uah, ist das ekelhaft. Scheiße, ey, da regnet es jetzt mal in Far Cry und ich muss die Folge beenden, ey. Das ist doch, oh Mann, ey, diese fünf Folgen. Jetzt seit Montag bis heute, dem Freitag. Ich entschuldige mich ganz, ganz doll dafür. Aber ich bin einfach so übermüdet. Das glaubt ihr einfach nicht. Das glaubt ihr einfach nicht. Und ihr wollt es auch nicht. Das ist... Nein, 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 nein. Also so eine Nacht durchmachen ohne Energydrinks oder Cola. Man ist einfach so kaputt. Ich bin nämlich heute im Zug bin ich nach Hause gefahren. Hab im Zug verpennt und hab fast meine Station verpasst. Äh, schlimm. Richtig schlimm. So müde, morgen direkt wieder arbeiten. Mal sehen, dass ich heute mindestens noch acht Stunden Schlaf krieg, weil sonst schlafe ich nur fünfe und halb Stunden, bis ich wieder aufstehen muss. Und morgen auch noch eine riesen Arbeit schreiben. Boah, fuck, Alter. Naja, gut. Ich will ja keine Moralpredigt halten und... War doch gerade in der Libelle. Ach, das sieht einfach so geil aus. Diesen Regen und so. Ich feier das. Schade, hab gedacht, da entsteht ein Loch. Nein. Naja, gut. Okay, wir sehen uns dann in der Next Folge. In der nächsten Folge. Und dann... Mal sehen. Vielleicht bin ich da noch besser drauf. Und mit Forza, wie gesagt, das dauert noch ungefähr zwei Wochen, weil halt... Die Xbox 360 in der Reparatur ist, ne? Also dann. Jetzt geht die Sonne auch... Jetzt kommt die Sonne durch. Gut. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast bis jetzt. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Aufnahmesession. Und da bin ich definitiv wacher. Das verspreche ich euch. Bis jetzt. youtube. Vielen Dank.